Wenn du dich mit Thermodynamik in Flüssigkeiten, Gasen und Festkörpern befasst, solltest du der gipsischen Phasenregel auf jeden Fall einmal begegnet sein. Wir zeigen sie dir. Du willst ganz viele kostenlose Videos zum Maschinenbau? Dann komm auf studyflex.de! Hast du ein Stoffsystem vorliegen, das aus Komponenten K und Phasen P besteht, so besagt das von Gips aufgestellte Gesetz, dass im thermodynamischen Gleichgewicht eine maximale Anzahl an Phasen gleichzeitig existieren kann. Um das herauszufinden, benutzen wir eine Variable f. Sie steht für Freiheitsgrad. Die Freiheitsgrade eines Systems sind diejenigen Zustandsgrößen, die wir verändern können, ohne dass sie einen Einfluss auf die Anzahl an Phasen P in unserem Stoffsystem haben. Für Gase und Flüssigkeiten lautet die Phasenregel f gleich k minus p plus 2. Um das besser zu verstehen, sehen wir uns ein beispielhaftes Phasendiagramm für ein Einstoffsystem an. Auf der Y-Achse tragen wir dabei den Druck klein p und auf der X-Achse die Temperatur t auf. Hier liegen drei Aggregatzustände vor. Fest, flüssig und gasförmig. Jetzt wählen wir drei Punkte in diesem Diagramm aus, die wir bezüglich ihrer Freiheitsgrade untersuchen möchten. Der erste Punkt A soll im flüssigen Bereich liegen. Um die Freiheitsgrade im Punkt A zu bestimmen, müssen wir überlegen, was wir für k und p einsetzen. Da es sich um ein Einstoffsystem handelt, wissen wir direkt, dass nur eine Komponente vorliegt. Außerdem liegt A auf keiner der drei Übergangslinien, wodurch klar wird, dass wir auch für p1 einsetzen. Eingesetzt in die gipsische Phasenregel ergeben sich für A zwei Freiheitsgrade. Es gibt hier zwei Zustandsgrößen, die du unabhängig voneinander ändern kannst, ohne dass sich p ändert. In diesem Fall also der Druck und die Temperatur. Widmen wir uns einem zweiten Punkt, den wir b nennen. Er liegt genau dort, wo sich die drei Linien treffen. Sicher kennst du diesen Punkt schon aus dem Chemieunterricht. Wie der Name schon sagt, existieren an diesem Punkt die flüssige, feste und gasförmige Phase gleichzeitig. Wir setzen für unser p also eine 3 ein. Da wir im gleichen System wie bei Punkt A sind, bleibt der Wert für die Komponenten bei 1. In diesem Punkt besitzt das System 0 Freiheitsgrade. Ein letzter Punkt, den wir betrachten, ist der Punkt c. k gleich 1 bleibt und für p setzen wir 2 ein. Für f folgt daraus 1. Es ist also nur eine Zustandsgröße frei wählbar, aus der sich dann die zweite ergibt. Das ist auch der Grund, wieso sich im Phasendiagramm diese Phasengrenzlinien ergeben. Unser Punkt c liegt genau auf solch einer Linie. Sie heißt Verdampfungslinie. Nach der Betrachtung dieser drei Fälle hast du sicher gemerkt, dass zwei Zustandsgrößen ausreichen, um einen Gleichgewichtszustand eindeutig zu beschreiben. Für Systeme, die aus einer einzigen Komponente bestehen, kannst du dir merken, dass maximal drei Phasen gleichzeitig existieren können. f muss stets größer gleich 0 sein. Hast du weder eine Flüssigkeit noch ein Gas vorliegen, sondern einen Feststoff, steht in der gipsischen Phasenregel statt der 2 eine 1. Das liegt daran, dass eine Änderung des Druckes in Feststoffen normalerweise keine so großen Auswirkungen hat. Mit diesem Hintergrundwissen solltest du dir am besten die Weiterführung dieses Themas in unserem Video zur Clausius-Clapperon-Gleichung ansehen. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de aber das ist, was wir haben für ein ganzes Reinspiegel statt. Vielen Dank.